Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Eliteagenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen. Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Absturzzock Tom Clancy's The Division. Wieder mit am Start. Uwe, David und meine kleine Männlichkeit, Robert. Jungs, ich grüße euch. Jetzt grüße ich euch. Sozialistischer Gruß. So, also wir wollen ja mal einkaufen, wie ihr seht. Den jungen Mann uns geholt als Verstärkung. Den Jungs. Das ist das so. Es gibt einen schönen Tag. Der Zoll- und angefangen. Ich freue mich, ich finde das so schön, wie ihr seht. Die sind die Reste. Ich würde ihr sagen, ich würde es dir vorstellen. Das ist er sehr gut. kommt wir stellen hier unten die Schütze hinlocken die ersten einen lassen erst mal kommen und nicht sagen oder was sagt ihr der hat auch in den Wagen nicht so eine GmbH oben in Deckung lassen die einfach von der Lappen kommen mit dem und sie kommen auch von der Runde die Kompläne von mir die ja er wird wir arbeiten kommen raus dann eben noch 2 Oh, der hat mich hart erwischt Ey, down, up! Das hat man nicht, das hat man nicht hin Komm mal wieder Oh, alter was für Waffen Fruchtflinten, aufpassen Der hat so noch geschickt Weil ich glaube, ich habe mir vorbeigeben, war der Aufmerksamkeit Anderseite links links Überliebte Bekehrt und verabschieden Aber wir wollen Aber wir kommen noch einer links und ihr brauchen links, doch man gesetzt Tests sind jetzt oder was ist mit dem? Sieht und dann. Okay, den hab ich. Scanner. Zwei Bedrohung. Okay, Uwe Sniper, Uwe Sniper direkt. Okay. So ein Stromauschall. Jetzt haben wir schon mal besser gemacht, als alles mit. Genau, jetzt muss man eine Team. Heilung machen dann gleich. Aber Uwe sagt, beim ersten Mal Uwe, wir hatten das schon mal probiert. Ging deutlich in die Hose. Wir haben es auf Level. Ja, David auch. Wir haben es auf Level 9 schon mal probiert. Ja, ging gar nicht. Und wir haben gedacht, ehe wir euch jetzt zeigen, wie wir am laufenden Band sterben und einfach nur noch ausrasten, weil gar nichts klappt, spielen wir ein paar Nebeneinsätze und zeigen euch dann den Haupteinsatz, wenn wir das Level auch dafür erreicht haben. Und es läuft ein bisschen besser. Aber wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir jetzt gleich an die Oberfläche und da war dann die richtige Action. Ja, da ist der dritte ist ja ... Da dritte ist ja ... Da dritte ist ja dritte, da dritte, da dritte. Da dritte ist ja dritte. Da dritte ist ja dritte. Oh, der Strom ist weg. Jetzt können Sie an dem Trafo arbeiten, ohne geröstet zu werden. Tut mir leid, Rhodes. Ich muss den Einsatz umleiten. Als wir noch ein Bild hatten, konnte ich die Leichen in dem Raum als Division-Agenten identifizieren. Alles andere muss warten, bis wir herausgefunden haben, was passiert ist. Üppisch Bundesbulle. Da ist eine kleine Polizeidienststelle in der Nähe. Ich sende Ihnen den Standort. Dort finden Sie die Aufzeichnung der U-Bahn-Kameras. Macht und schneide ich das. Oh mein ... Seien Sie vorsichtig. Die Schüsse werden die Rikers alarmiert haben. Sie laufen also quasi mit einer Zielscheibe auf dem Rücken herum. Wozu als Wehrprositionskiste werden Sie sich nicht entgehen lassen. Jo. Geht rechts von dir. Weitere Feinde entdeckt. Munitionskiste ist auch da hinten. Ja, die kriegen hier die. Ja, wir müssen es schaffen. Nehmen wir aus. Rechts kommt einer. Rechts zwei. Habt rein. Aufูr. Ja, gott. Das ist ja so ein Wachterplatz hier Achtung! Feinde! Lieder noch! Ja! Fähne! Ersatzkanade! Warten erwischt! Der erste Lieder ist braun! Da läuft weg! Ab! Der ist der eine der da noch hockt! Seht ihr den? Der Treffer hängt jetzt noch! Okay! Einer weg! Der hinten ist noch einer! Hm! Sniper! Beschuldige mich! Kriegst du den? Das ist nicht so! Sehr schöner Treffer! Ja! Einen Treffer noch, jawoll! Munition! Das stimmt! Hier ist ein Mähmö steh! Die haben wir gesnackt! Wow, es war wohl! Übel, ne? Das sind wir im ersten Mal! Ja, auf jeden Fall besser! Ich sag ja, wir hatten das Level dafür nicht! Das hätten wir auch keinem Zuschauer anbieten können! Das, was wir da gemacht haben! Weil ihr müsst euch vorstellen, an all die, die zuschauen! Die haben uns einfach wegeschossen! Die haben uns ganz einfach wegeschossen! Ja! 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 Wir trennen das noch! Den Computer aktivieren! Ja! Ich zähle mir das Material über diese Agenten an! Sie können jetzt mit der Reparatur des Trafos weitermachen! Okay, Reparatur des Trafos! Ist der auch bestimmt fertig mit Ihnen? Ist ja nicht so, als wäre meine Arbeit auch irgendwie wichtig, hm? Wir brauchen ein funktionierender Sicherungskasten, um wieder alles zum Laufen zu bringen! Ohren Gate, der Stromversorger hat einen Wagen für Reparaturen geschickt, aber die wurden nicht eingetragen! Das heißt, sie wurden auch nicht durchgeführt und das heißt, die Ersatzteile, also auch der Sicherungskasten, sind noch in dem Wagen! Ich kenne den ungefähren Standort, also wenn sie endlich Zeit hätten! Uwe, ich hab auch mal auf das Schnapper gewechselt! Uwe! Da kommt der Koffer. In dem letzten Wochenend. Was heißt das? Wir sind das? Rauszeichen. Auch ich bin von dieser internally, aber, da kommt einer! das und die große wo es erst mal ich will noch mal Munition und ohne Spiel ich muss sagen um ich habe eine Art Sniper Waffe ich habe eine taktische Distanz Waffe und ging gut hab schön getroffen jetzt normalerweise müsste dein Kopfschuss sofort down sein ja normalerweise habe ich gesagt dann wäre es auch zu einfach du brauchst du immer nur auf dem Kopf aimen und dann ist das Spiel vorbei dann bist du durch das zumal als Prozesse auf dem Weg auf dem Weg nur mit dem Messer und nicht immerhin wird hat er die Gegner auch da was muss man jetzt eigentlich suchen den Trafone Ich brauche nur böse gucken, dann ist hier auch durch, abgeschlossen. Ein Warngate Van aus dem Gebiet. Warngate, also ein Lager-Lagertor quasi. Was gefunden? Munitionsküste, er hat uns gar keinen Hohlen verloren. Hier, hier, ich habe hier eine Lupe. Okay, okay, ich habe die gelbe Linie wieder, das ist wieder weg. Also tatsächlich hier in der Zone muss das sein. Ja, wir schaffen es. Den Sicherungskosten stürzen Sie einfach in den Trafo ein. Ich markiere Ihnen die Stelle. Und wenn wir Glück haben, und es klappt... Das ist eine feine Bewegung. Okay, ich bin vorhin mal ganz guppig, weil ich konzentriere. Ich bin hier vorne, muss man. Zweite Mann, innen, aus. Da ist auch noch einmal. Zweite. Ja, ist der eine im Haus drinne? Was tut? Ja, ich habe den Kopf getroffen. Und den habe ich einen Fuß geschossen. Okay, nachladen. Scan. Und Feindbewegung. Ja, um... Alles klar. Keine Panik. Kanada. Die Schutze treffen mich vor mich auch. Recht David, genau vor dir. Ja. Vorneure bei dir David. Hell, scheiße. Auch das Deckungssystem. Okay, ist weg, ha. Schon mir mal Munition. ja oder das war der teils ja 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 so in der Mann die Aufnahme kurz weg wieder da habe ich verpasst stimmig in den Lelanden okay das Problem dem Recht von der Feier komm nicht ran mit dem LKW das ist drüben auch nicht weg noch eine feindbewegung und wie drüben wir haben es zu tun was du das teilt zum einen dritten so mit der Aufgabe können wir dann den Technikflügel weiter ausbauen der DL auch mal ein bisschen nicht sofort verschwinden sie müssen noch einen Moment da bleiben und abwarten ob alles richtig umfährt okay keine neue Stationen das heißt jetzt kommt der Entgeltung wenn man das zu nennen und nach allem was sie auf dem Weg hinein angestellt haben werden die Blut sehen wollen in der Zone hier muss man bleiben Warnung, Feinde entdeckt okay von wo da kommen sie die noch die 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 Okay, ich bin aber fest gesetzt, okay. Okay, ich bin links. Ja. Ja. Oh, das ist doch gar nicht. Sniper verdankt. Das ist super. Oh, aber umgekehrt. Alarm! Verbündete Division Agent getroffen. Sniper hinterlegt. Hm, den Du Verbrauchstattel bis in die Stellung aufames. Taktische Rückzug! Anwalt alles klar? Taktischer Rückzug Wasom sagt der Lieblingsg 하면서? schlussendlich schenken er müsste doch brenniert sein auch der Snyder hat mich erwischt und 2 Der ist ein Schuss, der ist ein Schuss. Die ist hier vorne, oder? Ich schaffe den hast du? Ich kann mich nachdenken, die packen gut. Ja. Ich habe gleich unterbeschossen. Ich habe noch eine Unruhe von mir bei dir. Ja. Ach Scheiße, Scheiße, Sniper rechts Fuck, ich kann's nie aus dem Spiel machen Ne, ich hab ihn jetzt schon Wir müssen das schon Ne, da kriegst du nicht hier Scheiße, ich komm hier nicht Ist gut Komm mal, Alter Wie ein Elf Fuck Fuck Ich schicke die sind gelb, die haben gekriegt Das ist eine Ruhe, ey Ach, das ist eine Ruhe, ey Ach, das ist eine Ruhe, ey Ach, das ist eine Ruhe, okay Alter Okay Okay Sniper da hinten, ne? Okay David, wie sieht's aus bei dir? Komm hier zurück und zurück Hier komm hin No, das ist auch Der Boss ist Sniper Ja Hier nochmal Was verdammt? ein eine Karte jetzt muss man auch sehen alle vorhanden so gut okay ganz gut aus auslassen, ne? Ich weiß nicht, dass es keine Neustartzone ist, fuck! Ja, da sind zwei Gehle. Uwe, wir schaffen das. Alter, der hat mich erwischt. Ja, das ist ein Zeichen. Ich muss noch die Schütze. Da will ich nicht mal eine zurückgeben. Ja, komme. Und die sind alle bei dir drüben, die sind alle bei dir drüben, wir sind festgelegt. Die Schatten, das wir schaffen, und wir schaffen. nicht okay wieder einmal weniger die der Lieferung in Stuttgart die Notwendung in Tüchel da liegt so kräftig ich weiß nicht ob ich bis dahin schafft und die Weihnachten steckte nicht zum Waffenheit Waffenheilung Schieß mal auf mich. Okay, danke dir. Ich hab mich die Püte. Ich hab mich die Püte, Leute. Jawohl, jawohl. Ich schaffte den Püten. Ja, Mann. Mann, der hat sich. Bist du dauernd? Ja, ich schaffte den Püten. Ich hab' gebraucht, dass meine heile Mütter anzieht. David? Hm. Gleich am Start. Habt dich gleich. Und ein Granade. kein Problem wir brauchen dich was ist diese kommt zu deinem Kopf raus kommt zu deinem Kopf und ich habe irgendwann bestätigt der da hinten hat mich erwischt und der hat mitgemacht so ein Schiff hat er positioniert eben warum rennen wir nicht gerade weg jawoll kommt zu deinem Kopf raus wir hüten ihn ein bisschen vor da muss ich in den Sack ist er auf? ok, ja die ehemalisch von Entdeckung ok aus Leute gleicher Wasser wir sind wieder geschlecht das Netz ist wieder stabil und die Lichter brennen jawoll zumindest die, die nicht kaputt geschossen wurden so, super ok, haben wir heute ein bisschen längere Folge gehabt aber ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr schaltet wieder ein wenn es dann bei der nächsten Folge wieder heißt Absturz Auerbach rockt wenn wir wissen Jungs ich würde sagen wir wünschen den Zuschauern noch einen schönen Tag Reingehauen Reingehauen David hast du noch was zu sagen? Ciao alles klar bis zum nächsten Mal Tschüss ihr Betrüger das sind meine Leute das ist meine Stadt wir holen sie uns zurück das sind meine Leute bis zum nächsten Mal